Das Öl der Erde Einst jagte durch die weiten Wälder des Iranischen Reiches Rostam, des Landes Beschützer und größter Held. Gemeinsam werden wir den iranischen König Kei Karus vom Thron stürzen. Als dann werden wir auch Turans Thron für uns erobern. Was geschehen sollte, ist geschehen. Ich kam wie ein Blitz und wie ein Wind gehe ich davon. Herr, 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 Herr Untertitelung des ZDF, 2020